Ich kenne Leute wie Jindosh. Gestörte Kinder die Katzen aufschneiden um mal reinzusehen. Gibt es hier noch einen anderen Weg außer den Haupteingang? Scheinbar nicht. So aber bevor wir reingehen will ich noch mal kurz schauen, genau das ist ja unser Ziel betritt das Maschinenhaus. Missionshinweise das haben wir auch alles. Ich will noch mal kurz bei Kräfte gucken. Wir haben drei Runen. Und was haben wir denn hier? Zeiteinhalten kostet fünf. Tödlicher Schwarm kostet vier. Was haben wir denn noch? Das hier. Da haben wir drei Runen. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Das werde ich wohl machen. Das ist denke ich mal sehr wichtig. So zack. Jawohl dann haben wir das fertig. Wir schauen mal was so das nächste ist. Das ist bestimmt auch ganz nice. Beweglichkeit verbessert die Höhne weiterer Sprünge. Das werde ich auf jeden Fall als nächstes machen. So dann haben wir noch Knochen Artefakte. Ausrüsten. Wir haben hier noch ein paar freie Stellen. Und wir haben hier noch einiges was wir hier haben. So günstig ist nichts. Manchmal verbraucht übernatürliche Kräfte kein Mana. Wasser des Geistes beim Trinken aus einem Brunnen. Renegiert sich Mana. Schlechter Zeitpunkt. Gegnerische Granaten brauchen etwas länger zum Explodieren. Kräfte gelungen. Bitteres Blut. Blutfliegen greifen in etwas geringer Entfernung zu ihrem Nest an. Okay. Wie auch immer. Was haben wir hier? Gegner schießen häufiger ins Leere. Du bist für deine Gegner besser sichtbar. Und Splitterbolzen. Deine Bolzen verursachen mehr Schaden. Bolzen zerbrechen beim Aufprall. Wir setzen erstmal was ein. Ja komm. Machen wir alles hier. Zack. Ja das machen wir auch. So. Dann sind wir erstmal gut voll. Knochenschmiede gehen wir noch nicht rein. So. Verlassen. Dann werden wir reingehen. Betritt das Maschinenhaus. Ja. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Djindosh gefangen gehalten. Dem Großfinder des Herkzugs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein und rette Sokolov und eliminiere Djindosh bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Okay. Jindosh. Djindosh. Es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Okay. Schauen wir mal. Brauchen wir noch nicht. Den machen wir gleich an. Nehmen wir noch ein paar Früchte. Schreibmaschine. Ja haben wir noch was. Mechanische Soldaten für Steiger. Das haben wir glaube ich schon mal gelesen. Haben wir noch nicht gelesen. Na ja wie auch immer. So. Dann ist hier aber nicht viel. Wir spielen das Ding erstmal ab. Die Stimme kenne ich doch. Gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Okay. Viele sind ohne Einladung gekommen. Aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder raus. Okay. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das die Synchronstimme von Luke Skywalker. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Könnt ihr mir eine Kommentare schreiben, wenn das wirklich so ist. Es müsste die Synchronstimme von Luke Skywalker sein. Wer der Sprecher aktuell ist, weiß ich nicht. Unsere Synchronstimme hier von Corvo Atano ist natürlich die Synchronstimme von Bruce Willis. Gut, dann gehen wir mal weiter. Mal schauen. Wow. Oh. Ich würde zu gern sehen, wie das Ding Delilah erwirkt. Okay. Muss ich hier alles angucken? Nee. Zum Labor. 38 Meter. Oh, wow. Oh, wow. Hier gibt es aber einiges zu sehen. Was ist das? Hm. Na dann, müssen wir wo mal ziehen hier? Wer würde so etwas bauen? Und warum? Oh. Jindosh. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überfindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindosh's mechanischer Soldat. Aha. Verwundern Sie das verstärkte Metall-Skelett und die Rasiermesser scharfen Klingen. Walöl-Tanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Wachen Sie weiter Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay. Hui. Okay. Vorher wollte ich mir noch ein bisschen umgucken hier. Hallo? Fremde? Ja. Okay. Vitrinen kann man aufmachen. Tausend Rotationen. Hm. Wiedereinleitung des Grafits. Ich hätte erwartet, dass Sie sich inzwischen zeigen. Ja, ja. Ne. Nerv mal nicht. Jindosh. Okay. Hier ist aber auch nichts versteckt in den Vitrinen. Seien Sie nicht unhöflich. Zeigen Sie sich. Machst du irgendwas? Ich speichere mal. Erhöhe Temperatur des Öltanks. Okay. Hier könnten wir sowas machen. Das sparen wir uns noch mal kurz. Beziehungsweise, nein. Ich habe ja gespeichert. Wir probieren das mal aus. Ungewöhnlich. Und noch mehr kostbare Werke sind Schwarz. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Nein, nein. Die Treppe hoch. Nur Gäste mit einem Termin dürfen diese Schwellen vertreten. Sie sind also Schächtern. So sei es. So, Kaiserlicher Schutzherr auf der Flucht. Das haben wir aber auf jeden Fall schon mal gelesen. Es sei denn, er speichert das jetzt wieder so komisch. Hm. Ja, ja. Am Ende werde ich Ihre Geheimnisse erfahren. Ich werde eine Studie verfassen. Okay, da gehst du auf jeden Fall lang. Was? Hey du, komm her! Komm zurück! Ja, gehen wir halt mal nach oben. Ich bin erwartet und wahrlich beeindruckend. Nicht viele würden so etwas überstehen. Kampf verloren. Naja. Ähm, wir schauen mal weiter. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Nein, so wollen wir das nicht machen. Ich lade kurz den Speicherpunkt. Spiel laden. Äh. Hä? Hier, spiel laden. So. Schnell speichern. Ja. So. Damit das auch seine Richtigkeit hat. So. Hier haben wir gespeichert. Aber das möchte ich dennoch machen. Und dann lassen wir den hier unten mal, äh, machen. Jaja. Ich bin ja schon oben. So. Ja, hier bin ich. Ah, hier. Das ist die Treppe. Hier, wo ich schließe, weiß nicht wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger. Hm, schon hier. Sie wurden am Schwerhaus gebildet. Vor allem. Aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Zu dem und meines Wissens nach... Aha! Hab ich sie! Meine mechanischen Soldaten erledigen das! Was soll dat denn? Tötet ihn! Ähm. Du hast doch was am Kopf. Nehmen Sie das! Schlagt ihn in die Dücke! Aktiviere den Blitzpfeiler! Was haben die denn alle? Okay, wir laden noch einmal. Hier, schnell. Und jetzt machen wir das nicht mit dem Soldaten dort unten. Sondern wir gehen einfach mal so hoch. Ja, das waren jetzt drei Möglichkeiten. Wir gehen hinterher, sind böse. Wir bauen um, gehen hoch, sind böse. Und jetzt machen wir das mal ganz ohne. Jetzt gehen wir einfach mal hoch. Ja, ich komm ja. So. Stecken wir das mal weg. Ja, ich komm ja. So. Stecken wir das mal weg. Das stimmt. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger. Schon eher. Sie wurden am Spiel ausgebildet, formal. Aber sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben sie auf der Straße gelernt. Das stimmt allerdings. Zudem hat meines Wissens nach nur ein Mann je diese Maske getragen. Willkommen, kaiserlicher Schutzherr. Okay. Sie scheinen sich selbst sehr zu gefallen. Und warum bin ich hier? Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den bescheiterten Anton Sokolow, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie hier und nehmen Sie sich was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin, ist die Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindash. Bis dahin. Ähm. Mit der Wäsche, in meinem Haus ist ein Einbringling. Tempel der Schuhlzustand. Ordner auf. Größe elektrostatische Ladung auf dir. Zurücktreten. Wechsle zu alternativen Taktiken. Oha. Kampfprotokoll 6. Alter. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Nicht autorisierte Versorgung. Äh. Wir müssen hier mal ganz schnell weg. So. So. Der Raum hinter den Wänden. Alter. So. Aber raus kommen wir hier nicht. Das ist natürlich kackiges. So. 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 hier. Haben wir hier irgendwas, was wir noch einsammeln können. Irgendwie nicht so. Wir müssen irgendwie zu unserem anderen Kollegen da. Ähm. Wir schauen mal kurz. was. Wir haben doch. Was ist das? Was ist das? Blended Gegner. Haftgranate. Normale Handgranate. Haftgranate. Normale Handgranate. Pistolenkugel ist die 6. Aber wir haben doch diese speziellen Kugeln. Sind das die speziellen Kugeln? Stechender Bolzen. Hm. Gut. Probieren wir das mal. So. Wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Da kommen wir nicht lang. Schnell. Woa. Blobbar ist ein Test für die Mechanischen. Jeder Test macht Sie am Ende! Sie sind stärker. Wiedergabe zeigt älteren Mann. Bewaffnet. Wiedergabe für Kampfprotokollen. Wiedergabe, Wiedergabe, Gegnerexekution. Was für eine Show, Sie haben eine meiner Mechanischen Soldaten zerstellt. wie ich höre. Überraschend im Anbetracht ihres Alters. Oh, nö. Letzten Kontrollpunkt laden. So, dann machen wir das. So, wo sind wir hier? Ah, wieder hier unten. Okay, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich überlege mir eine kleine Taktik, wie wir hier überleben können und werden. Und, ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es wird spannend werden in der nächsten Folge, wie wir hier das mit den Soldaten handeln. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Zeigt es mir mit einem Daumen, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und ciao. Und dann würde ich Ihnen auf jeden Fall